Liebe Corinne, lieber Herr Ischinger, meine sehr verehrten Damen und Herren, alle Kriege enden irgendwann, aber jeder Krieg hat sein ganz besonderes, sein ganz eigenes Ende. Das gilt für Staaten und Gesellschaften, es gilt für Politiker, Diplomaten und Militärs, es gilt für Menschen an der Heimatfront und für jeden einzelnen Soldaten. Auf den allerersten Blick scheint es viel leichter, den Beginn gewaltsamer Konflikte zu definieren als ihr Ende. Menschen assoziieren bis heute mit Kriegsanfängen fast immer dramatische, jedenfalls suggestive Anlässe, die historische Orientierung zu geben scheinen und sie alle kennen diese Momente. Den Prager Fenstersturz im Mai 1618 als Beginn des Dreißigjährigen Krieges, den Beschuss von Fort Samter durch Truppen der amerikanischen Südstaaten zu Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs im April 1861 oder das Attentat von Sarajevo im Juni 1941. Der Beschuss der Westerplatte durch ein deutsches Schlachtschiff bei Danzig im September 1939 oder der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 oder der 7. Oktober 2023 mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Doch diese scheinbar eindeutigen Ereignisse, sie sagen sehr wenig aus über langfristige Kriegsursachen, über Vorgeschichten, über Eskalationsstufen, über die berühmt-berüchtigten, immer wieder zitierten Points of No Return. Nicht selten entfalten die Kriegsanfänge erst aus dem Rückblick jene mythische Qualität für Gesellschaften, die wir häufig in den Erinnerungskulturen finden. Denken Sie an die Vorstellung einer allgemeinen Kriegsbegeisterung im August 1914, von der wir heute wissen, dass es diese allgemeine Kriegsbegeisterung so nie gegeben hat. Dieses sogenannte August-Erlebnis, es resultierte in vieler Hinsicht aus dem Rückblick einer Zeit nach 1918, die für viele Deutsche viel dunkler erschien als die dann idealisierte gute alte Zeit vor 1914. Meine Damen und Herren, wenn schon dieser Blick auf die Anfänge von Kriegen zeigt, wie leicht sich scheinbare Eindeutigkeiten in der historischen Betrachtung auflösen, dann gilt diese Erosion von Sicherheit, so könnte man es vielleicht nennen, ganz sicher für das Ende von Kriegen. Die meisten historischen Wege in den Frieden, sie waren verschlungen, sie wurden immer wieder verzögert, sie wurden unterbrochen. Je länger ein Krieg dauerte, je mehr Opfer er über Monate und Jahre anhäufte, das kann man mit Blick auf die neuzeitliche Geschichte sagen, desto unübersichtlicher, desto widersprüchlicher verliefen die Wege in den Frieden. Wann und wie ein Krieg endet, dieser Prozess, er lässt sich jedenfalls nicht auf den Moment beschränken, in dem Sieger und Besiegte einen Vertrag miteinander schreiben. Hinter diesem Moment stehen komplizierte Verläufe von einer ersten Waffenruhe über einen vielleicht Vertrauensbildungsprozess, über einen stabilen Waffenstillstand, einen Vorfrieden bis hin zu einer internationalen Friedenskonferenz und einem vielleicht dann irgendwann ratifizierten Friedensvertrag. Aber, und Wolfgang Ischinger hat es schon angesprochen, endet ein Krieg mit einem Vertrag oder kündigt sich das Ende mit der aus Verlusten und Opfern gewonnenen Einsicht in die gegenseitige Erschöpfung von Ressourcen an, aus der schließlich irgendwann so etwas, auch das haben wir schon gehört, entsteht wie eine rationale Einsicht in die Notwendigkeit des Friedens. Folgt dann ein Fenster der Diplomatie oder entsteht Frieden nicht erst mit einem vielleicht erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten wieder belastbaren Vertrauen einer verlässlichen Kommunikation zwischen ehemaligen Gegnern? Gibt es eigentlich, so könnten wir fragen, einen stabilen Frieden ohne die Aussöhnung zwischen Individuen, Familien, Gemeinschaften? Gibt es Frieden ohne die Anerkennung von Opfern und Verbrechen von Schuld und Schulden zwischen ganzen Gesellschaften? Und schließlich, ab wann wissen wir eigentlich verlässlich, ob ein Vertrag mit Unterschriften wirklich Frieden schafft? Oder, auch das kam in der Einleitung schon vor, ob es sich bei einem Frieden nur um einen taktischen Waffenstillstand handelt, eine temporäre Waffenruhe, eine Atempause, um neue Ressourcen zu mobilisieren und den Krieg dann umso entschiedener fortzuführen. Das sind die Fragen, die uns heute Abend interessieren sollen. Ich sagte es schon, viele Wege vom Krieg in den Frieden waren langwierig. Der Westfälische Frieden von 1648, mit dem der Dreißigjährige Krieg endete, er bestand aus einer komplizierten Reihe von Verträgen, die in Münster und Osnabrück unterzeichnet wurden und vorausgegangen war ein über fünf Jahre währender Friedenskongress. Und selbst nach diesen diplomatischen Anstrengungen hätte der Krieg auch im Bewusstsein vieler Zeitgenossen jederzeit wieder neu aufflammen können. Und ähnlich prekär, könnte man sagen, waren die Friedensschlüsse in den zwischen 1792 und 1815 fast ununterbrochenen Kriegen der Französischen Revolution und Napoleons. Die Kriege rund um die Gründung neuer Nationalstaaten des italienischen Nationalstaats 1859-61 und des deutschen Nationalstaats, des deutschen Kaiserreichs zwischen 1864 und 1871, diese Kriege waren demgegenüber deutlich kürzer. Es waren auf den ersten Blick klassische Staatenkriege, die mit klassischen Friedensverträgen endete. Aber dieses Ideal, meine Damen und Herren, das Ideal eines symmetrischen Staatenkrieges, in dem eine Entscheidungsschlacht den Weg zur Politik und zur Diplomatie ebnet, dieses Ideal wurde schon in den 1860er Jahren brüchig, als das Ende des amerikanischen Bürgerkrieges viele Probleme der Friedenssuche in der Neuzeit wie unter einem Brennglas bündelte. Wenn ich dieses Bild meinen Studierenden in Freiburg zeige, ohne Unterschrift, dann tippen die meisten auf eine europäische Stadt im Zweiten Weltkrieg. Aber es ist Richmond 1865. In diesem Krieg, in diesem amerikanischen Bürgerkrieg zeigte sich, was entgrenzte Gewalt über vier Jahre bedeutet. Entgrenzte Gewalt, die sich nicht mehr allein gegen Soldaten richtete, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung. In diesem Krieg entstand, man könnte sagen, das moderne Vokabular von Krieg und Frieden. Etwa der Begriff der Unconditional Surrender, der bedingungslosen Kapitulation. Oder der Begriff der Homefront, der Heimatfront. Was das Ende eines langen Krieges bedeutete, den man sich am Beginn als einen kurzen Krieg vorgestellt hatte, das zeigte sich im Ersten Weltkrieg in aller Deutlichkeit. Deutsche und Franzosen, meine Damen und Herren, schlossen an diesem 11. November 1918, und Sie sehen dieses berühmte Foto der alliierten Friedensdelegation vor dem Waffenstillstandswaggon im Park von Compiègne. Deutsche und Franzosen schlossen an diesem 11. November 1918 oder am 28. Juni 1919 bei der Unterzeichnung des Versailler Vertrages ganz sicher keinen wirklichen Frieden miteinander. Der Unterschied zwischen dem, was in den Verträgen stand, und der Fortsetzung des Krieges in den Köpfen, konnte in diesen Momenten kaum größer sein. Beide Daten, so könnte man sagen, der 11. November 1918 und der 28. Juni 1919, markierten das Ende akuter Kampfhandlungen an der Westfront Europas oder den Abschluss der Pariser Friedenskonferenz für das Deutsche Reich, aber es waren formale Momente. Denn tatsächlich provozierten die Ergebnisse des mit Erwartungen überforderten Friedens nach dem Ersten Weltkrieg neue Verletzungen und neue Krisenmomente. Durch territoriale Bestimmungen, durch das Problem der Reparationen, durch die Betonung einer Kriegsschuld, die zum Ausgangspunkt vielfältiger Revisionsobsessionen wurde. Meine Damen und Herren, es gibt kaum eine Geschichte im 20. Jahrhundert, die Ihnen zeigt, wie stark der Krieg in den Köpfen weitergeht nach dem Ende, nach dem formalen Ende eines Krieges als die Geschichte zwischen Deutschen und Franzosen in den frühen 20er Jahren. Das ist ein Plakat aus der Hochphase dieser Nachkriegsgeschichte, die Ihnen deutlich zeigt, dass der Abschluss eines Vertrages nichts darüber aussagt, wie viel bellizistische Disposition und Mentalität in den Köpfen weiter bleiben kann. Für viele Deutsche und Franzosen markierte, wir wissen das aus vielen Tagebüchern und Briefen, vielleicht erst der Abschluss des Locano-Vertrags 1925 und das ist sieben Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, so etwas wie einen glaubwürdigen Beginn einer wirklichen Nachkriegszeit. Und man kann diese Geschichte sogar noch weiterführen, denn im Bewusstsein vieler Deutscher endete der Erste Weltkrieg vielleicht sogar erst im Juni 1940. Was Sie hier sehen, ist ein Foto von deutschen Soldaten, die den Original-Waggon vom 11. November 1918 aus dem Museum von Compiègne herausholen und genau in diesem Waggon hat Adolf Hitler die Unterzeichnungszeremonie nach dem Sieg über Frankreich vollziehen lassen, als eine Umkehr der Rollen. Im Bewusstsein vieler Deutscher gewann Adolf Hitler im Juni 1940 für die Deutschen den Ersten Weltkrieg und kompensierte damit die von vielen Deutschen nicht wirklich angenommene Niederlage von 1918. Ein in der deutschen Geschichte, glaube ich, besonders wichtiger Moment, weil wir wissen, dass die Zustimmung der Deutschen zu Adolf Hitler nach diesem Moment vom Juni 1940 so groß war wie nie zuvor. Ein großes Problem für die Opposition und den Widerstand. Und genau mit diesem Ansehensvorteil, so könnte man sagen, wird Adolf Hitler dann wenige Monate später, 1941, einen Krieg ganz anderer Gewalt, ganz anderer Zivilisationsbrüche in Osteuropa gegen die Sowjetunion beginnen. Meine Damen und Herren, mit diesen einführenden Bemerkungen möchte ich zeigen, dass Kriege auf unterschiedliche Weisen enden. Durch den militärischen Sieg einer Seite, durch ein militärisches Padt, durch einen auf Kompromiss beruhenden Friedensschluss, durch die Intervention Dritter oder durch die Überführung eines Krieges in einen Konflikt mit niedrigerer Gewaltintensität. Die Kapitulation eines Staates, einer Kriegspartei, sie konnte unter Bedingungen oder, wie im Falle Japans und Deutschlands nach 1945, bedingungslos erfolgen. Wenn ich Ihnen heute als Historiker die zehn Thesen meines Buches vorstellen möchte, dann bin ich natürlich mit der Frage konfrontiert, was trägt der Blick in die Geschichte eigentlich bei, wenn wir die Gegenwart verstehen wollen. Und ich möchte Ihnen eine vorläufige Antwort auf diese Frage geben. Man kann keine politische Krise, auch nicht die aktuellen Krisen, quasi an die Geschichte delegieren. Geschichte, davon bin ich überzeugt, wiederholt sich nicht. Und sie liefert auch keine einfachen Blaupausen für politische Entscheidungen. Aber die Geschichte zeigt in einem schier unermesslichen Reservoir von Zeiten und Räumen, welche Konstellationen, warum, zu welchen Ergebnissen führten. Die Geschichte offenbart, so könnte man es anders formulieren, Verlaufsmuster und Handlungslogiken. Sie verdeutlicht Ambivalenzen, häufig auch paradoxe Situationen. Und deshalb immunisiert sie gegen einfache Erklärungen, Analogien und Vergleiche. Und wenn sie im Augenblick in den Medien unterwegs sind, dann wissen sie alle, dass wir bombardiert werden mit Analogien und Vergleichen. Und manche von denen sind suggestiver und andere sind fehlgeleitet. Aber klar ist, man muss gegenüber dieser Instrumentalisierung von Geschichte so etwas wie ein eigenes Urteilsvermögen entwickeln. Und dafür, so glaube ich, ist der Blick in die Geschichte unmittelbar wichtig. In diesem Sinne fordert die Geschichte zur Auseinandersetzung heraus. Sie erlaubt, so würde ich formulieren, durch den Blick auf das ganz Entfernte genau den Abstand zu gewinnen, der uns klarer sehen und mehr erkennen lässt. Ich nenne das immer den zweiten Blick, die nüchterne Analyse. Der Blick auf die Kriege der Vergangenheit zeigt uns also, warum es lohnt, sich auf diese Geschichte einzulassen, um in der Gegenwart besser zu verstehen, wie Kriege zu Ende gehen. Es geht weniger um das Besserwissen als um das Mehrsehen. Und vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen die zehn Thesen, die ich in diesem Buch entwickelt habe, im Folgenden mal etwas kürzer, mal etwas langer vorstellen. Ich habe keinen klassischen akademischen Vortrag vorbereitet. Das war mir ganz wichtig, weil ich gerne, und das gilt, glaube ich, auch für Herrn Ischinger natürlich, mit Ihnen ins Gespräch kommen will. Und aus meiner Erfahrung funktioniert das sehr häufig eben aus einer Kombination von Text und Bild. Und diese Geschichte von Krieg und Frieden ist, needless to say, eben auch eine Geschichte der Bilder. Und das wissen wir bis in unsere eigene Gegenwart. Meine erste These lautet, die Natur des Krieges bestimmt sein Ende. Wir müssen verstehen, was der Kern des Krieges ist, was die Konfliktkonstellation ist, um was für eine Kategorie von Krieg es sich handelt, um abschätzen zu können, wie ein solcher Konflikt endet. Die meisten Kriege, mit denen wir es in der neuzeitlichen Geschichte seit der frühen Neuzeit, seit dem 15. und 16. Jahrhundert zu tun haben, sind keine reinen Idealtypen, etwa von Bürgerkriegen oder Staatenkriegen, sondern sie sind häufig Amalgame, Hybride. Ein gutes Beispiel, um das zu zeigen, ist ein Krieg, den Sie auf den ersten Blick interpretieren würden als einen klassischen Staatenkrieg, der Krieg zwischen Preußen und Österreich 1866, der mit der Schlacht von Königgrätz endet und die alte Dualität zwischen Preußen und Österreich löst und damit, so könnte man sagen, den Weg Preußens zur kleindeutschen Lösung von 1871 bahnt. Aber, und das ist eins der Denkmäler, die mich im 19. Jahrhundert immer wieder fasziniert haben, dieser Krieg war auch ein deutsch-deutscher Bürgerkrieg. Die Germania, die Sie hier sehen, ist keine Germania, die das Schwert gegen Frankreich reckt, sondern es ist für ein Kriegerdenkmal des 19. Jahrhunderts sehr ungewöhnlich, eine trauernde Germania. Es ist eine Germania, die darüber trauert, dass sich in diesem Krieg von 1866 Deutsche und Deutsche bekämpft haben. Preußen und Hannoveraner und Kurhessen, Bayern und viele andere. Und schon dieser Blick zeigt Ihnen, das ist nicht nur ein Staatenkrieg, sondern auch die Möglichkeit eines deutschen Bürgerkrieges. Und jemand wie Bismarck hat diese Möglichkeit, dieses Potenzial eines deutschen Bürgerkrieges sehr genau reflektiert, als er argumentiert hat, wir müssen diesen Krieg möglichst schnell politisch und diplomatisch beenden. Sie alle kennen dieses Bild, fünf Jahre später, 1871, die Gründung des kleindeutschen Nationalstaates im Zentralraum der französischen Nation, der französischen Monarchie im Kaisersaal, im Spiegelsaal von Versailles. 18. Januar 1871. Und auf den ersten Blick glauben wir zu wissen, auch dieser Krieg ein klassischer Staatenkrieg. Preußen und die verbündeten deutschen Staaten einerseits, und auf der anderen Seite Frankreich. Aber auch dieser Krieg war ein Staaten- und Bürgerkrieg, denn im Schatten dieses Staatenkrieges, Deutschland, Preußen gegen Frankreich, findet ein blutiger französischer Bürgerkrieg statt, mit der Niederschlagung der französischen Kommunen in Paris. Und bei dieser Niederschlagung werden etwa 35.000 Kommunaden in Paris erschossen. Ein Trauma für die französische Gesellschaft bis heute. Und auch hier ist es wieder ganz wichtig zu erkennen, diese Erfahrung hat wesentlich dazu beigetragen, dass die französische Seite argumentiert hat, wir müssen diesen Krieg schnell beenden, bevor uns sozusagen die Kontrolle über den innerfranzösischen Bürgerkrieg komplett verloren geht. Und ich will ein letztes Beispiel zu dieser ersten These anführen, und das sind natürlich die großen kolonialen Kriege, die im 19. Jahrhundert geführt werden. Hier als Beispiel die Erinnerung an die Niederschlagung, die genozidale Niederschlagung des Nama- und Herero-Aufstandes. Wenn wir, und darauf werden wir später nochmal kommen, sehen, dass es im 19. Jahrhundert große Versuche gab, den Krieg zu verrechtlichen, durch Völkerrecht, durch große internationale Konferenzen, dann gilt dieser Versuch der Verrechtlichung und Einhegung des Krieges eben für Kriege zwischen europäischen oder satisfaktionsfähigen Mächten. Aber es gilt nicht für Kolonialkriege. Kolonialkriege enden nicht mit Friedenskonferenzen, sondern sie enden in radikaler, asymmetrisierter Gewalt. Das will ich mit diesem Bild nur andeuten. Meine zweite These, ich nenne das die kontingente Dynamik, echte Entscheidungsschlachten sind selten, und je länger ein Krieg dauert, desto schwieriger wird seine Kontrolle. Und Sie können im Blick auf das, was wir in der Ukraine seit Februar 2022 erlebt haben, vieles von dem, was ich Ihnen jetzt historisch nochmal darstellen möchte, glaube ich, erkennen, wiedererkennen. Fast alle Kriege, die Sie in der Neuzeit untersuchen als Historiker, beginnen mit dem Versprechen militärischer Experten, dass man diesen Konflikt ganz sicher kontrollieren kann. Dass man über die Technologie, die Taktik, die Strategie, die Ressourcen verfügt, um ganz schnell eine Entscheidung herbeizuführen, und damit der Politik, der Diplomatie wieder das Heft des Handelns zurückzugeben. Und ich wage die These, dass dieser Ablauf von Kriegen, die mit einer schnellen Entscheidung enden und der Politik ein Fenster geben, die absolute Ausnahme gewesen ist. Von den Kriegen, von denen ich bisher berichtet habe, gilt es eigentlich nur für zwei, nämlich den Krieg von 1866 und den Krieg von 1870-71. Viel häufiger und im 20. Jahrhundert eigentlich die Regel ist die Erosion dieses Versprechens, ist die Planung, die zur Makulatur wird. Das berühmteste Beispiel ist der Schliefenplan, mit dem das Deutsche Reich innerhalb von sechs Wochen den Ersten Weltkrieg entscheiden wollte. Und dieser Schliefenplan endet an der Marne in einer großen Katastrophe. Und das Ergebnis ist, dass aus der Hoffnung, die jungen Männer sind an Weihnachten zu Hause, ein fast fünfjähriger Krieg wird. Und man könnte sagen, diese Erfahrung wird sich an ganz vielen Stellen im 20. Jahrhundert wiederholen. Sie wiederholt sich natürlich 1939 und 1941, die Hoffnung der Deutschen, dass sie nach dem sogenannten Blitzsiegen von 1939-40 so etwas wiederholen können in Russland, die japanische Hoffnung mit einem Emthautungsschlag die Vereinigten Staaten zu schlagen. Aber wir finden es auch im Koreakrieg, wir finden es im Vietnamkrieg, wir finden es in den Kolonialkriegen Frankreichs, wir finden es im Algerienkrieg und wir finden es nicht zuletzt im Vietnam der Sowjetunion, nämlich 1979 beim Einmarsch in Afghanistan. Und man könnte sagen, genau diese Erfahrung hat Wladimir Putin auch gemacht. In dieser Welt, in der wir leben, waren am 22. Februar 2022 viele selbsternannte Experten schnell dabei, der Ukraine maximal 72 Stunden zu geben. Warum ist das so ein wichtiger Moment, dass das Versprechen eines kurzen Krieges übergeht in die Realität eines unabsehbar langen Krieges? Es bedeutet zunächst einmal, dass solche Kriegsgesellschaften unter einem enormen Anpassungsdruck stehen, weil sie die Finanzierung, das Ressourcenmanagement, aber auch die, wenn Sie so wollen, kulturelle, die politische Deutung des Krieges permanent fortschreiben müssen. Und es bedeutet noch etwas anderes und das ist ein Mechanismus, den man nicht unterschätzen darf. Wenn ein einmal ausgebrochener Krieg sich so fundamental vom geplanten, prognostizierten, prophezeiten Krieg unterscheidet, dann entsteht für politische und soziale Regime in solchen Kriegen eine mögliche Legitimationskrise. Und das bedeutet, Kriege verlängern sich in gewisser Weise häufig um die Opfer, die sie angehäuft haben. Was ich damit meine ist, in einem Krieg, in dem es viele Opfer gibt, wird der Kompromiss, die Konzession immer schwieriger, weil eine zu weitgehende Konzession der eigenen Gesellschaft klar macht, die eigenen Söhne, die eigenen Ehemänner, die eigenen Brüder sind umsonst gestorben. Das ist eine Konstellation, die Sie im Ersten Weltkrieg fast paradigmatisch beobachten können, dass alle Regime ab 1916, 1917 sagen, wir können keine Konzessionen machen, weil jede Konzession als Verrat an den Opfern interpretiert werden könnte. Es ist sozusagen eine fast paradoxe Situation, dass die umso höheren Opfer des Krieges den Weg in den Frieden eher schwieriger machen. Die dritte These, die Suche nach dem richtigen Ausgang, ein fauler Frieden kann den Krieg verlängern. Ein, man könnte sagen, Klassiker seit der Antike. Wenn Sie auf der Schule irgendwann mal was mit Katargo und Rom zu tun hatten, dann kennen Sie das Beispiel. Es ist ein bisschen der Kampf irgendwann David gegen Goliath, das große römische Reich, das im Mittelmeer expandiert, dass ein Krieg mit Katargo beginnt. Und Katargo beginnt dann, nach mehreren militärischen Niederlagen, Rom immer größere Konzessionen zu machen. Rom fördert diese Konzessionen und mit jeder Konzession argumentieren die Politiker in Katargo, mit jeder Konzession wird der Krieg unwahrscheinlicher, wird der Frieden sicherer. Aber genau das Gegenteil passiert. In Rom argumentieren die Falken, die kriegswilligen, die auf Krieg orientierten Senatoren. Wenn Katargo diese Konzessionen macht, dann können wir weitergehen, dann können wir weitergehende Konzessionen fördern. Und ganz am Schluss ist dieses Katargo nicht bewaffnet und wird von Rom sozusagen komplett zerstört. Ein klassisches Beispiel dafür, dass einseitige Konzessionen ohne eine echte Konzessions- und Friedensbereitschaft der Gegenseite den Frieden nicht bringt, sondern eher den Krieg mobilisiert oder vielleicht sogar die Gewalt eskalierend ist. Ich könnte Ihnen viele andere Beispiele für dieses Problem des faulen Friedens hier darstellen, aber ich will einen Friedensschluss herausgreifen, nämlich den von Brest-Litovsk, mit dem, so könnte man sagen, das Deutsche Reich im Frühjahr 1918 den Ersten Weltkrieg in Osteuropa gewonnen hat. Sie sehen an dieser Karte, wie weit dieser Vormarsch der deutschen Truppen geht. Das sind übrigens junge Leutnanten, die dann 1941 in Stabsoffiziersstellen häufig gekommen sind und mit ihrer Vorstellung, was dieser Krieg ab 1941 Deutschland bringen soll, ziemlich genau da ansetzen, wo sie als junge Offiziere 1917, 1918 gewesen sind. Sie sehen an dieser Karte nebenbei natürlich auch die große Bedeutung der Ukraine schon damals. Brest-Litovsk ist, um es ganz deutlich zu sagen, für Deutschland nicht mehr als eine taktische Pause gewesen, um das Zwei-Fronten-Problem zu lösen und damit alle militärischen Ressourcen auf einen im Bewusstsein der militärischen und politischen Eliten immer noch möglichen Gesamtsieg im Westen zu konzentrieren. Ein Gesamtsieg im Westen, der sozusagen das schmale Zeitfenster nutzen sollte, bis genug amerikanische Soldaten in Europa gewesen wären, um das zu verhindern. Und das erklärt, warum es 1916 und vor allen Dingen 1917 zwar eine große Zahl von Friedensinitiativen gibt, nicht zuletzt die Entstehung des 14-Punkte-Programms des amerikanischen Präsidenten Vuto Wilson, aber warum es nach 1917 weitere Monate und fast anderthalb Jahre braucht, bis dieser Krieg wirklich zu Ende kommt. Und aus der Geschichte des Ersten wie des Zweiten Weltkriegs wissen wir, und man könnte Ähnliches auch für Vietnam und Korea sagen, dass gerade die Endphase von solchen Kriegen dann nochmal besonders blutig wird. Die Gewalt wird eskaliert, um dem Gegner klarzumachen, du hast keine Chance, den Kampf fortzusetzen, oder der Kampf um die möglichst guten Ausgangspositionen für eine anstehende Friedenskonferenz. Das vielleicht bekannteste Beispiel, mit dem auch im Augenblick in ganz vielen Metaphern, Analogien operiert wird, ist natürlich die Konzessionspolitik der Siegermächte von 1918 gegenüber Adolf Hitler in den 30er Jahren, der ein bisschen verkürzend unter dem Begriff des Appeasement zusammengefasst wird. Und ich will zu diesem Problem des Appeasement zunächst zwei Dinge sagen. Wir müssen verstehen, dass die Politiker, die dieses Appeasement betrieben haben, fast alle selbst als junge Männer den Ersten Weltkrieg erlebt haben. Das heißt, sie sind sozialisiert worden mit dieser Idee, dass der Erste Weltkrieg a war to end all wars sein sollte. Und die Wiederholung eines solchen Krieges oder vielleicht sogar die Steigerung der Gewalt war außerhalb des Vorstellungsvermögens vieler dieser Politiker. Und das Zweite, Sie können am Beispiel Frankreichs und Großbritanniens fast paradigmatisch erkennen, wie in den 20er und 30er Jahren Rüstung, Ressourcenmanagement, Vorbereitung eines Krieges innenpolitisch kaum mehr zu vermitteln ist, weil diese Gesellschaften den Ersten Weltkrieg hinter sich haben. Im Mittelpunkt stehen andere Fragen. Der Ausbau des Sozialstaats, der Welfare-State, für beide, für Frankreich wie für Großbritannien, die Zukunft des eigenen Kolonialreichs, denken Sie an die Situation in Indien. Also die Vorbereitung eines neuen europäischen Krieges ist auf der politischen Agenda in London und Paris nicht enthalten. Das Dritte, und das ist mir sehr wichtig und ich bin sehr gespannt, was Wolfgang Ischinger zu diesem Thema sagt, die Suche nach möglichen Kompromissen und Konzessionsbereitschaft, das gehört zum Kernbereich der Diplomatie. Das Entscheidende, und das hat 1938 gefehlt, war, dass man keinen Plan hatte, wenn ein Aggressor in letzter Konsequenz nicht bereit war, sich auf die angebotenen Konzessionen einzulassen. Und das ist das Grundproblem der Briten und Franzosen gewesen, kein Konzept zu haben für einen Aggressor wie Hitler, der eben nicht beim sogenannten Anschluss Österreichs oder der sogenannten Zerschlagung der Tschechoslowakei stehen blieb. Und meine vierte Bemerkung zu diesen 30er Jahren, und auch das erleben wir, glaube ich, im Augenblick für die Ukraine und im Nahen Osten, das ist die Signalwirkung, die von großen Konflikten und ihrem Ende ausgeht. Was meine ich damit? Die Signalwirkung für Hitler war, er kann weitergehen. Und das hat er sozusagen genau so ausgenutzt, so wie wir ganz genau wissen, dass China, aber auch andere Akteure, die in Konflikten begriffen sind, denken Sie an Aserbaidschan, Armenien, denken Sie an Südamerika, dass andere Akteure darauf blicken, hält diese, wir würden heute sagen, regelbasierte Ordnung oder gilt das Recht des Militärs Stärkeren. Und von dem, was Hitler 1938 erreicht, geht natürlich eine Signalwirkung für andere Akteure aus, so wie Hitler ganz stark auf die Signalwirkung etwa der Besetzung der Unterwerfung der Manchurei durch Japan und die Unterhöhlung des Systems internationaler kollektiver Sicherheit profitiert hat. Das Ende ist ein Weltkrieg, den Großbritannien und Frankreich, ich würde sagen, bis 1938 fast zu jedem Preis verhindern wollten. Ich will nochmal sagen, nicht die Suche nach Konzessionsbereitschaft und Kompromissen war das Problem, sondern keinen Plan zu haben für einen Aggressor, der nicht zu Konzessionen bereit war. Die vierte These, das lange Ende, wer noch Chancen auf dem Schlachtfeld sieht, der wird den Kampf fortsetzen, solange es geht. Eigentlich etwas, was wir heute Abend schon mehrmals gehört haben, aber ich will es nochmal unterstreichen und ich gebe Wolfgang Ischinger absolut recht, das ist genau die Logik, mit der wir es bei Wladimir Putin zu tun haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Deutsche sich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs so schwer tun. Was Sie auf dieser Karte sehen, ist die Waffenstillstandslinie vom 11. November 1918. Da steht kein einziger alliierter Soldat in Deutschland. Und für viele Deutsche war dieses Kriegsende nicht anders, als mit einem inneren Verrat der sogenannten Deutschstoßlegende zu erklären. Aber diese Situation, dass die Militärs irgendwann in Berlin sagen, wir können den Krieg nicht fortsetzen, der wird eben erst im Spätsommer 1918 erreicht. Und bis dahin glauben auch die meisten Deutschen, es wird schwierig und wir müssen uns einschränken, aber der Siegfrieden, der all diese Hunderttausenden und Millionen von Opfern rechtfertigen kann, ist immer noch möglich. Und das ist etwas, was, glaube ich, für fast alle größeren Kriege der Neuzeit gilt, dieses Festhalten an der Möglichkeit, auf dem Schlachtfeld doch noch durch bessere Ressourcen, durch den Einsatz der Zeit als Waffe, durch die Schwächung internationaler Koalitionen, das Kriegsglück zu wenden. Und deshalb zeige ich Ihnen bewusst für diese These noch zwei andere Fotos, nämlich die Fotos der Verhandlungen auf dem Weg zum Pariser Abkommen von 1973 zur Beendigung des Vietnamkrieges und dem, was dann im April 1975 geschieht, etwas, was dieses Pariser Abkommen Makulatur werden lässt. Und Sie könnten sagen, beide Fotos sind am Ende eines Prozesses, bei dem beide Seiten, Nord-Vietnam genauso wie die Vereinigten Staaten, immer wieder argumentieren, wir können auf dem Schlachtfeld doch noch die ursprünglichen Ziele erreichen. Und selbst wenn das bei den Vereinigten Staaten irgendwann nicht mehr der klassische Sieg ist, dann ist es wenigstens der Decent Interval eines ehrenhaften Friedens, mit dem man die eigenen Soldaten rausbekommt und sich aus der Niederlage, der absehbaren Niederlage Südvietnams zurückgezogen hat. Meine fünfte These, Planung und Prognose, verfügbare Ressourcen bestimmen den Kippmoment von Kriegen, aber nicht unbedingt die Einsicht der Akteure. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Einsicht aus der Wirtschaftsgeschichte, auch der Finanzgeschichte von Kriegen. Kriege in der Neuzeit sind immer auch Wirtschafts- und Ressourcenkriege und wenn Sie sich objektivierbare Daten ansehen, dann ist völlig klar, dass das Deutsche Reich spätestens 1917 keine besonders guten Chancen mehr hatte, den Ersten Weltkrieg zu gewinnen und wenn Sie sich nur pass pro toto die Produktion von Kampfflugzeugen im Zweiten Weltkrieg ansehen, dann ist Ihnen klar, dass spätestens ab 1943 ressourcentechnisch der Krieg für Deutschland nicht mehr zu gewinnen war. Aber, und das Aber ist jetzt von entscheidender Bedeutung, diese objektivierbare Entwicklung sagt nichts darüber aus, wie einzelne politische und militärische Akteure denken. Dazu gehört die Hoffnung auf neue Ressourcen, dazu gehört die Hoffnung auf moderne Waffensysteme, dazu gehört in beiden Weltkriegen immer wieder die Hoffnung darauf, dass die eigenen Soldaten die besseren Nerven haben. Dazu gehört die Hoffnung, dass Kriege am Ende nicht durch Waffensysteme, sondern durch Nerven, durch Willensstärke entschieden werden. Sie könnten eine eigene Geschichte von gescheiterten Wirtschaftssanktionen erzählen. In diese Geschichte würde die Kontinentalsperre Napoleons gehören, aber auch die große Hoffnung der Briten, dass das Deutsche Reich mit einer Fernblockade seiner Häfen, mit der man das Deutsche Reich von den Rohstofflieferungen 1914 abschneidet, dass das den Krieg ganz schnell beendet und all das ist nie passiert. Gesellschaften, auch das ist eine ganz wichtige Ableitung, die ich als Historiker für das 19. und 20. Jahrhundert formulieren würde, Gesellschaften im Kriegen sind unglaublich lern- und anpassungsfähig. Wir wissen, dass sehr viele Prozesse der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft häufig enorm beschleunigt und katalysiert werden durch die Situation von Mangel. Und fast immer ist diese Fähigkeit stärker ausgeprägt, als die Konsequenz, mit der Wirtschaftssanktionen durchgesetzt werden. Deshalb ist die stumpfe Waffe von Wirtschaftssanktionen, auf die man ja im Westen ganz stark gesetzt hat am Beginn des Ukraine-Krieges, diese stumpfe Waffe ist für mich als Historiker keine so große Überraschung. Meine sechste These, auch sie hat Wolfgang Ischinger schon angesprochen, nicht jeder Krieg endet mit einem formalen Frieden. Dieser Punkt ist für mich besonders interessant, weil Sie hier vielleicht am stärksten sehen können, wie sich vom 17. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert die Geschichte verändert hat. Mit dem Ende des 30-jährigen Krieges, so könnte man sagen, beginnt der Siegeszug des modernen Völkerrechts. Das ist eine berühmte Allegorie auf Hugo Grotius, einen der Vordenker, der Väter des internationalen Rechts, des Völkerrechts. Und auf dieser Allegorie sind die Friedensmacher von 1648 um einen Katafalk von Grotius versammelt. Und dahinter steht natürlich die Hoffnung, nach den Erfahrungen eines konfessionellen Bürgerkrieges, mit der Einebnung der Grenzen zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten, mit entfesselter Gewalt, dass man nach diesen Erfahrungen den Krieg zähmen kann. Die gezähmte Bellona ist sozusagen das Ideal des 17., 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Und tatsächlich, das kann man historisch ziemlich gut nachweisen, nimmt die Zahl von Kriegen, die mit einem formalen Friedensvertrag endet, zwischen 1650 und 1914 enorm zu, von etwa 30 auf über 80 Prozent. Und mit diesem Siegeszug des Völkerrechts geht ein, man könnte sagen, im 19. Jahrhunderts modernes Denken einher, das uns in vieler Hinsicht auch vertraut ist. Das ist ein Bild von Henri Rousseau, dem sogenannten Zöllner, ein Autodidakt, der in seinen Bildern immer wieder eigene Ereignisse aus seiner Lebenszeit kommentiert hat. In diesem Bild kommentiert er die Friedenskonferenz von Algeciras, mit der der Marokko-Konflikt zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich gelöst wird. Sozusagen eine Art von Krieg-in-Sicht-Krise, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass dieses Bild strotzt vor Optimismus. Es ist der Optimismus, dass man den Krieg zu einer Sache der Vergangenheit oder der fehlenden Zivilisiertheit und Entwicklung macht. Sie haben vor 1914 eine Unmenge von Soziologen, von Wirtschaftsexperten, die argumentieren, moderne Kriege sind eigentlich nur noch in agrarischen Gesellschaften denkbar. Moderne Industriegesellschaften wie etwa die Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland, Großbritannien haben von einem modernen Krieg so viel zu verlieren, dass es überhaupt nicht in ihrem Interesse sein kann, einen solchen Krieg anzufangen. Und genau in diesem Sinne argumentiert Rousseau, und Sie sehen das sehr schön auf der linken Seite, dass die Zukunft auch nicht den Monarchien gehört, also den gekrönten Häuptern, die Sie da auch noch sehen, sondern es ist die Marianne mit der frügischen Mütze und dem Lorbeerkranz als Symbol der zukunftsweisenden französischen Republik. Es ist auch die demokratische Republik gegenüber den autokratischen Monarchien, die man hier feiert. Und etwas von diesem Optimismus, man könnte sagen eines Globalismus, der Kriegszähmung, der Pazifizierung vor dem Ersten Weltkrieg vermittelt dieses Bild, übrigens auch deshalb, weil es global denkt. Denn Sie sehen auch Vertreter der Kolonialgesellschaften, aus Arabien, aus Afrika, aus Asien. Das heißt, dieser Zollbeamte aus Frankreich, der ein eifriger Zeitungsleser ist, stellt sich vor, dass Europa eigentlich auf dem Weg ist, den Krieg zu überwinden. Und jetzt kommt, man könnte sagen, das 20. Jahrhundert. Und das 20. Jahrhundert wird eine ganz andere Geschichte schreiben. Denn was wir im 20. Jahrhundert sehen, ist, dass die Zahl von Kriegen, die mit einem formalen Friedensvertrag enden, radikal runtergeht. Sie sinkt. Wenn Sie die Zeit nach 1945 angucken, sind es nur noch 10 bis 15 Prozent aller Kriege, die mit einem formalen Friedensvertrag enden. Und hier kann ich genau anschließen an das, was Wolfgang Ischinger gesagt hat. Wenn Sie keine klassischen Staatenkriege mehr haben, stellen Sie sich die Frage, wer hat die Prokura einen Vertrag zu unterzeichnen? Viele Konflikte und viele Kriege enden so, wie Sie das hier sehen, nämlich mit einem Waffenstillstand unterhalb eines formalen Friedensvertrags, der dann sozusagen im Falle Koreas bis heute über 100.000 Mal gebrochen worden ist. Auch der Krieg zwischen Iran und Irak endet nicht mit einem formalen Friedensvertrag, sondern einer UN-Resolution und auch viele Konflikte im Nahen und Mittleren Osten enden mit UN-Resolutionen. Was ist das Wichtige an dieser Entwicklung? Es bedeutet, dass ohne die völkerrechtliche Qualität eines Friedensvertrages Akteure immer darauf setzen, dass bei sich vielleicht noch bietender Gelegenheit man einen Waffenstillstand auch unterhalb der Schwelle eskalierter Kriegsgewalt brechen kann, dass man die eigenen Interessen sozusagen weiter verfolgen kann. Und genau daraus entstehen die vielen blutenden Grenzen, die Sie kennen, sagen die Asymmetrisierung von Gewalt, denken Sie an das Verhältnis zwischen den beiden Koreas und man könnte viele andere Beispiele zeigen. Mit anderen Worten, in einer Welt, in der wir es historisch gesehen mit eher weniger formalen Friedensverträgen zu tun haben, ist die Schwelle zur Anwendung asymmetrischer Gewalt eher niedriger geworden als höher. Meine siebte These, die Ambivalenz der Zeichen. Es gibt keinen Frieden ohne Kommunikation und wer die Besiegten demütigt, macht den Frieden zum Waffenstillstand. Dahinter steht ein Denken, das für die neuzeitliche Friedenssuche von elementar großer Bedeutung war, nämlich die Vorstellung der Gleichrangigkeit, der prinzipiellen Gleichrangigkeit der Friedensschließenden. Es gibt ein Bild, das ich Ihnen mitgebracht habe, das das fast idealtypisch exemplifiziert. Das ist das Treffen zwischen Napoleon und dem russischen Zaren nach der preußischen Niederlage von Jena und Auerstedt, als Napoleon argumentiert, mit diesem russischen Zaren teile ich jetzt den europäischen Kontinent auf. Und um ihm die Gleichrangigkeit zu beweisen, wird ein Friedenspavillon auf dem Grenzfluss der Memel errichtet. Und Sie sehen hier diesen Augenblick, als Napoleon den eintreffenden Zaren begrüßt. Also die Definition eines neutralen Ortes als Bühne für die Performance, die Inszenierung der Gleichrangigkeit. In Wirklichkeit plant Napoleon zu diesem Zeitpunkt bereits den nächsten Krieg. Und an dieser Kluft zwischen dem, was man als Friedensidee und Gleichrangigkeit inszeniert und dem, was passiert, können Sie vielleicht erkennen, wie stark auch schon im 19. Jahrhundert die Macht der Bilder ist und wie mit diesen Bildern natürlich auch Politik betrieben wird. Ganz anders ist die Situation 1918. Man könnte sagen, als die Pariser Friedenskonferenz beginnt, nach dem Ersten Weltkrieg, da findet das noch in vieler Hinsicht oberflächlich in den Formen statt, in denen andere große Friedenskongresse begonnen haben, also Münster und Osnabrück 1648 oder Wien. Und dieses Bild, das Sie hier sehen, ist ein Beispiel dafür. Die einzelnen großen Delegationen haben noch offizielle Maler, die wichtige Momente sozusagen festhalten sollen. Und was Sie hier sehen, ist eben die Unterzeichnung des Versailler Vertrags durch die beiden deutschen Delegierten im Juni 1919. Aber dieser Friedensschluss wird in einer Art und Weise, man könnte sagen, emotional aufgeladen, wie das den Zeitgenossen im 19. Jahrhundert undenkbar gewesen wäre. Diese Postkarte zeigt die sogenannten Cinq-Gueux-Cassés. Das sind fünf französische Soldaten, unschwer zu erkennen, mit schweren Gesichtsverletzungen. Und diese Soldaten werden, und das zeigt Ihnen dieses Bild eben nicht, die werden in eine Fensternische postiert, kurz bevor die deutsche Delegation am 28. Juni 1919 in diesen Spiegelsaal von Versailles eingebracht wird. Und kurz bevor diese deutsche Delegation den Saal betritt, schüttelt Georges Clémenceau, der französische Premierminister, diesen fünf Soldaten stumm die Hand. Vier Tage später wird eine Fotografie angefertigt, und diese Fotografie kennt bis in die 70er Jahre jedes französische Schulkind. Es gibt keine wichtigen Geschichtsbücher auf den höheren Schulen in Frankreich ohne diese Postkarte. Und diese Postkarte wird innerhalb von sechs Monaten in Frankreich 1919 über 800.000 Mal verkauft. Sehr interessant ist die Reaktion vieler britischer und amerikanischer Diplomaten auf diese Szene. Die schreiben in ihre Tagebücher, so kann man keinen Frieden schließen. Wir müssen eigentlich ein Interesse haben, die Weimarer Republik, die da jetzt neu entstanden ist, zu stärken. Das ist kein autokratischer Staat, das ist nicht mehr die Hohenzollern-Militär-Mularchie, sondern das ist eine ziemlich progressive Republik, die aber unter Druck kommen wird, wenn sie diesen Vertrag unterschreibt. Und dieser Druck wird umso größer, wenn die Deutschen den Eindruck bekommen, sie werden moralisch, emotional disqualifiziert. Und was sie 1919 erleben, ist im Grunde genommen eine Kluft. Auf der einen Seite die Hoffnung, dass man den Krieg überwindet, in einer Welt mit mehr Völkerrecht, mit neuen Institutionen wie dem Völkerbund, und auf der anderen Seite eine nie dagewesene Emotionalisierung. Ich zeige dieses Bild auch, weil es in der frühneuzeitlichen Friedenssuche eine Metapher gibt, die Ihnen den Unterschied deutlich macht. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein enthalten alle Friedensschlüsse die Formel der sogenannten Oblivion, des wohltätigen Vergessens, eine Art von Nulllinie, um den Krieg aus den Köpfen herauszubekommen. Das ist eine ganz wichtige Erbschaft der frühneuzeitlichen konfessionellen Bürgerkriege, das wohltätige Vergessen. Und was im 20. Jahrhundert entstanden ist, und das ist eine große historische Veränderung, ist, wenn man so will, genau das Gegenteil. Nicht das wohltätige Vergessen macht den Frieden möglich, sondern die Aufarbeitung der Opfererfahrung, die Aufarbeitung des Leids, die strafrechtliche Verfolgung von Verbrechen. Und es wird für keine Gesellschaft weder in der Ukraine noch im Nahen Osten eine Rückkehr in so etwas wie wohltätiges Vergessen geben, das ist völlig klar. Aber machen Sie sich deutlich, welche enormen Herausforderungen an einem solchen Friedensprojekt dann haften. Und für diese Frage, für die Frage der emotionalen Verarbeitung von Kriegserfahrungen, ist natürlich die Frage von Bildern, von Kommunikation, von Medien, von elementarer Bedeutung. Das ist ein Plakat mit einer Fantasie, was den deutschen Delegierten passieren sollte, die diesen Versailler Vertrag unterschrieben haben. Und Sie wissen alle, dass eine der entscheidenden Voraussetzungen für den Aufstieg des Nationalsozialismus die unentwegte Instrumentalisierung des Versailler Vertrags gegen die Weimarer Republik, die sogenannten Erfüllungspolitiker, gewesen ist. Meine achte und vorletzte These, Fallhöhe und Desillusionierung, den Frieden mit Erwartungen zu überfordern, kann die Schatten eines Krieges verlängern. Das ist, wenn Sie so wollen, vielleicht eines der großen Dilemmata des 20. Jahrhunderts, die Gefahr des überforderten Friedens. In gewisser Weise hat das in Wien besser funktioniert, in Wien deshalb besser funktioniert, weil diese Menschen, diese Repräsentanten, die sich in Wien treffen, viele Dinge miteinander teilen. Und auch das ist etwas, was wir heute in dieser Form ganz sicher nicht mehr haben. In Wien treffen sich Anhänger eines monarchischen Systems. In Wien treffen sich im weitesten Sinne Aristokraten, die so etwas wie eine gemeinsame Lebenswelt teilen. Das macht es zum Beispiel für Metternich viel einfacher, den französischen Repräsentanten Talleyrand zu integrieren. Und Metternich wäre es nicht in den Sinn gekommen, Frankreich zu demütigen. Er sagt, wir haben Krieg gegen Napoleon geführt, aber nicht Krieg gegen die Franzosen. Und ein postrevolutionäres, ein postnapoleonisches Frankreich, das wir demütigen, wird früher oder später ein Konfliktfall, ein Bürgerkriegsfall sein. Und das wird uns in Europa eher noch größere Probleme machen. Die Situation in Wien ist aber auch deshalb anders, weil diese Repräsentanten des monarchischen Systems eben keine Rücksicht auf die Bevölkerung nehmen. Es gibt nicht die Formel der National Self-Determination, sondern man macht in gewisser Weise Politik über die Bevölkerung hinaus. Und daraus entsteht eine, man könnte sagen, Sicherheitsarchitektur, die wir aber in die moderne Welt nicht einfach übersetzen können. Deshalb glaube ich, dass das münglische Argument von der neuen Pentachie, und das nimmt eben Bezug auf dieses fünfteilige internationale System nach 1815, nicht wirklich passt, weil wir es heute doch mit innenpolitisch, gesellschaftspolitisch ganz unterschiedlichen Akteuren zu tun haben, die anders als 1815 Wertordnungen nicht mehr unbedingt miteinander teilen. Warum habe ich vom überforderten Frieden gesprochen? Weil nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, glaube ich, deutlich wird, was passieren kann, wenn man einen Frieden überfordert. Was Sie hier sehen, ist die arabische Delegation auf der Pariser Friedenskonferenz. Und Sie kennen ganz sicher alle diesen Herrn, also theoretisch jedenfalls, also den Herrn auf der rechten Seite in diesem wunderbaren Hybrid aus einer britischen Offiziersuniform und einer arabischen Kopfbedeckung. Das ist Thomas Edward Lawrence, der Lawrence of Arabia. Warum ist dieses Bild ein ikonisches Bild für die Geschichte des 20. Jahrhunderts und des Nahen Ostens? Hinter diesem Bild steht die Hoffnung der Araber, einen eigenen Staat zu bekommen, einen Staat, den die Briten während des Ersten Weltkriegs zumindest nicht ausgeschlossen hatten, um die Unterstützung der Araber im Kampf gegen das Osmanische Reich zu bekommen. Tatsächlich wird diese arabische Delegation nach Paris eingeladen. Faisal hält zum ersten Mal in der Geschichte der Diplomatie eine Rede auf Arabisch und diesen gemeinsamen arabischen Staat hat es nicht gegeben. Das ist für viele Araber, arabische Intellektuelle der 20er und 30er Jahre ein ganz entscheidender Punkt, weil man argumentiert, das universalistische Ideal von Self-Determination, das mag für Südslaven, für Polen, für Tschechen, Slowaken gelten, aber es gilt nicht für uns. Das heißt, der liberale Internationalismus, das Projekt des Völkerbundes und damit auch die Idee kollektivierbarer Sicherheit, bekommt an dieser Stelle mindestens schon eine Glaubwürdigkeitsschramme. Was im Nahen Osten passiert, ist das, was Sie auf dieser Karte sehen, nämlich die Aufteilung dieses Gebietes nach klassischen, man könnte sagen kolonialen Maßstäben des 19. Jahrhunderts, das sind die berühmten Fettstifte, mit denen dann Beamte im Quai d'Orsay und in Whitehall sozusagen Grenzen einzeichnen und daraus entstehen Mandatsgebiete und viele Probleme, ohne die, glaube ich, die Konfliktgeschichte des Nahen Ostens nicht zu verstehen ist. Wenn Sie verstehen wollen, woraus entsteht die Glaubwürdigkeitskrise westlicher Politik, dann kann man für den Nahen Osten ohne den Ersten Weltkrieg und das Ende des Ersten Weltkriegs nicht argumentieren. Denn im Ersten Weltkrieg gibt es drei Modelle, die nicht zueinander passen. Es gibt mit der Belfort-Declaration das Versprechen einer Heimstatt für das jüdische Volk. Es gibt das Sykes-Picot-Abkommen, klassische koloniale Aufteilung und es gibt das Versprechen an die Araber, zumindest die Aussicht darauf, einen panarabischen Staat zu begründen. Das ist ein Zeichen dafür, wie Sie einen Frieden mit einer, wenn Sie so wollen, Weltvokabel überfrachten können. Denn auf dieses Moment, auf diesen Begriff der Self-Determination haben sich nicht nur die europäischen Völker aus den ehemaligen Imperien berufen, sondern eben auch die Vertreter dieser staatslosen Gesellschaften oder, ganz wichtig, eben auch der Kolonialgesellschaften. Der junge Ho Chi Minh reist nach Paris, er hat keinen offiziellen Delegiertenstatus, aber er will in Paris verhandeln, dass die vietnamesischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg für Frankreich gekämpft haben, nicht schlechter behandelt werden als französische Veteranen. Und als er von einem drittklassigen französischen Kolonialbeamten abgefertigt wird, beginnt seine Suche nach einem radikalen anderen Ordnungsmodell und er wird irgendwann bei den Bolschewiki fündig werden, auf der Konferenz von Baku, auf der Chu Enlai, der junge Nehru und viele andere sich treffen. Also sozusagen ein Beispiel dafür, wie aus einem überforderten Frieden neue Konfliktpotenziale, in dem Fall die Konfliktpotenziale der zukünftigen Dekolonisierung des 20. Jahrhunderts, entstehen. Meine neunte These, doing peace, wenn die Verträge unterschrieben sind, beginnt die Arbeit am Frieden. Diese These, auf die Wolfgang Ischinger auch schon zu sprechen kam, ist mir besonders wichtig. Warum? Weil wir eigentlich mit Blick auf das Ende von Kriegen im 19. und 20. Jahrhundert fast immer sehen, dass der Vertrag das eine ist und die langfristigen, kollektiven, mentalitätshistorischen Prozesse etwas anderes. Es gibt, als der Friedensvertrag von Versailles unterschrieben ist, einen berühmten Essay, den schreibt Jans Mutz, einer der Väter des Völkerbundes in der New York Times, einen Tag nach der Unterzeichnung dieses Vertrags. Und da schreibt er eigentlich völlig illusionslos, was an diesem Versailler Vertrag alles nicht geklappt hat. Aber er sagt, wir haben jetzt den Völkerbund, wir haben eine junge Generation von Diplomaten, die etwas aus diesem Frieden machen wollen. Und er schreibt am 30. Juni 1919, sinngemäß, der Frieden ist kein Moment, sondern er ist ein langfristiger Prozess. Und keine Generation von Politikern und Diplomaten darf sich darauf zurückziehen, zu sagen, aber wir haben doch Verträge unterschrieben, sondern das, was in den Verträgen steht, muss gestaltet, angepasst, adjustiert werden und jede Generation muss das sozusagen immer wieder neu tun. Und für eine solche sozusagen Friedenspolitik, Friedensgestaltungspolitik steht, daran würde ich unbedingt festhalten, eben jemand wie Gustav Stresemann. Und ich habe Ihnen, wenn Sie sich erinnern, vorhin dieses im Grunde genommen bellizistische, dieses Kriegsplakat von 1923 gezeigt, wo der Krieg in den Köpfen zwischen Deutschen und Franzosen weitergeht. Und wenige Jahre später nutzt seine Partei, die DVP, einen Gustav Stresemann, der sozusagen aufgeschlossen über den Rhein blickt. Sie sehen die Brücke von Rehmagen im Vordergrund. Und das ist natürlich der Versuch, aus dem Locano-Vertragswerk für die Weimarer Republik innenpolitisches Kapital zu schlagen. Als dieses Wahlplakat gedruckt wird, ist Gustav Stresemann schon ein Jahr tot. Und im Kontext der Weltwirtschaftskrise, der innenpolitischen Polarisierung gelingt es eben nicht mehr, diese außenpolitischen Erfolge zur Stabilisierung der Weimarer Republik sozusagen oder in eine Stabilisierung der Weimarer Republik zu übersetzen. Aber es macht Ihnen klar, und dafür steht Gustav Stresemann, dass die Arbeit am Frieden nicht mit einem Vertrag beendet ist. Und das gilt natürlich für viele andere Konflikte, und ich bin sicher, darauf werden wir in der Diskussion mit Wolfgang Ischinger auch nochmal kommen. Der Moment von Dayton, mit dem man diesem jugoslawischen Zerfallskrieg Einhalt gebietet, ist eben nur ein Moment und nicht ein Prozess. Wenn Sie aber auf diesen Prozess blicken, dann wird Ihnen natürlich auch klar, zu welchen Ergebnissen das führen kann. Bosnien-Herzegowina ist heute ein, im Grunde genommen, dysfunktionaler Staat. Zwei Entitäten, zehn Kantone, 15 Regierungen, 160 Minister, ein dreiköpfiges Staatspräsidium, das alle acht Monate rotiert. Und im Grunde genommen politische Eliten, die für dieses Gemeinwesen nicht wirklich eine pazifizierende Verantwortung übernehmen wollen. Ich will damit nur andeuten, was Gestaltung eines Friedens nach der Unterzeichnung von Verträgen bedeutet. Für diese dicken Bretter brauchen Sie Akteure, die nicht nur ein robustes Mandat haben, wie die USA in diesem Fall, sondern die auch mit großer Ausdauer bereit sind, in einer solchen Konfliktregion engagiert zu bleiben. Ich will nur einen Satz dazu sagen, wie hätte der europäische Nachkrieg nach 1945 ohne das Engagement der Vereinigten Staaten über die Marshallplan-Hilfe ausgesehen. Wenn Sie Frieden stiften wollen, dann müssen Sie Menschen in Konfliktgebieten auch so etwas wie eine langfristige Perspektive geben. Und meine letzte und zehnte These, Paradoxe enden, nicht jeder Sieg ist ein Gewinn und manche Niederlage wird zur Chance. Ich will damit weder den Sieg noch die Niederlage in irgendeiner Form gesund beten. Ich will nur dafür werben, nochmal den historischen Blick auf solche Momente zu richten. Wenn Sie sich die Niederlagen etwa Russlands im 19. Jahrhundert ansehen, dann sind solche Niederlagen ganz entscheidende Momente der Reformdiskussion gewesen. Die Niederlage Russlands im Krimkrieg befeuert die Diskussion, was Russland eigentlich von Westeuropa unterscheidet. Es ist der Beginn der großen Reformen. Die Niederlage im russisch-japanischen Krieg ist der Augenblick, in dem der Zar 1905 von einer autokratischen in eine konstitutionelle Monarchie übergeht und zum ersten Mal ein Parlament, die Duma, gewählt wird. Im europäischen Vergleich könnte man sagen, kommt das alles sehr spät, aber die Niederlage ist auch immer ein Moment, man könnte sagen, der Reflexion über die inneren Gründe, die zur Niederlage geführt haben. Das bekannteste und, ich finde, faszinierendste Beispiel dafür ist die preußische Niederlage von Jena und Auerstedt. Das muss ich in diesem Augenblick sagen, weil wir in der Nähe des wiederaufgebauten Hohenzollern-Schlosses sind. Diese Niederlage Preußens ist der Ansatzpunkt für die preußischen Reformen, aus denen unendlich viel Modernisierung für Deutschland erwachsen ist. Die moderne Kommunalverfassung, das Konzept des Staatsbürgers in Uniform, die Idee der Wehrpflicht, die Gewerbefreiheit, die moderne Universität, die hier in Berlin sozusagen zu einem Exportschlager gemacht wird. Die Niederlage Frankreichs im Krieg von 1871 ist der Beginn der Bildungsrepublik, weil man argumentiert, diesen Krieg haben wir auch verloren, weil wir diese Gesellschaft nicht gut erzogen haben, weil wir viele Menschen nicht mit guter Erziehung ausgestattet haben. Man könnte viele andere Beispiele heranziehen und die letzten beiden Bilder, die ich Ihnen zeige, machen vielleicht auch noch mal klar, dass auch die bedingungslose Kapitulation sowohl Deutschlands als auch Japans natürlich eine Voraussetzung dafür war, mit einer bestimmten Art der Vergangenheit fundamental zu brechen. Und aus diesem Bruch dann natürlich auch neue Chancen zu gewinnen. Das ist eine Debatte, die im Augenblick in meinem Fach intensiv geführt wird, etwa nach dem Buch meines Münchner Kollegen Martin Schulze-Wessel, der, finde ich, mit gutem Recht argumentiert, dass Russland diese Chance hat, wenn es den Bruch gegenüber seiner imperialen Vergangenheit irgendwann vollzieht. Insofern kann eben auch eine Niederlage so etwas wie einen langfristigen Lernprozess möglich machen. Damit bin ich am Ende und ich will ganz am Schluss noch mal auf meine Frage zurückkommen, die ich am Anfang gestellt habe, nämlich wie es sich denn jetzt eigentlich verhält mit dem Lernen aus der Geschichte. Der heute oft zitierte Satz des spanisch-amerikanischen Philosophen George Santayana, dass derjenige, der sich nicht an die Geschichte erinnere, dazu verurteilt sei, sie zu wiederholen. Dieser Satz wäre dem französischen Historiker Alexis de Tocqueville, einer meiner Säulenheiligen, nicht in den Sinn gekommen. Nach Tocquevilles Erfahrungen in der Revolution von 1848-49 bekannte er das Zitat, dass man in der Politik oft untergeht, weil man ein zu gutes Gedächtnis hat. Die Erinnerung werde zu einem Hindernis für die Wahrnehmung der Gegenwart, wenn man schon im Mittelpunkt vergangener Ereignisse gestanden habe und glaube, die Fehler von einst vermeiden zu können. Tocquevilles Folgerung aus dieser Konstellation lautete, Zitat, wenn auch die Menschheit immer die gleiche bleibt, ist doch jeder geschichtliche Vorgang verschieden. Die Vergangenheit lehrt nicht viel über die Gegenwart und die alten Bilder, die man in neue Rahmen zwingt, wirken immer schlecht. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, dahinter steht ein, wie ich meine, fast geschichtsphilosophisches Problem, nämlich das Problem von Einmaligkeit und Wiederholung. Einmaligkeit und Wiederholung bilden aber in der Geschichte keine absoluten Gegensätze, sie sind vielmehr ineinander verschränkt. Das hat der große Historiker Reinhard Koselek versucht, mit dem Begriff der Wiederholungsstruktur zu erfassen. Dahinter steht die Vorstellung, dass die Einmaligkeit der geschehenen Geschichte bestimmte Wiederholungsstrukturen voraussetzt, so wie das einmalige Sprechen oder die, ohne die Wiedererkennbarkeit von Vokabularen oder die wiederholte Geltung sprachlicher Regeln in einer Grammatik nicht funktionieren kann. Und auch das Vertrauen auf Gerechtigkeit und Rechtssicherheit benötigt das Iterative, das immer wieder neu zur Geltung gebrachte Recht. Zäsur und Wiederholung sind also miteinander verbunden und ineinander verflochten. Der Umbruch, die Einmaligkeit der Geschichte setzt die Rekurrenz voraus. Es gibt in diesem Sinne keine zyklische Wiederholung historischer Erfahrungen wie 1914, 1939 oder 1941, weil es sich jeweils um einmalige Ereignisse handelte. Aber, und das habe ich versucht, Ihnen heute Abend zu zeigen, es existieren doch interpretative Strukturen, Leitmotive, Topoi, auf die Menschen zurückgreifen, wenn sie sich Geschichte aneignen. Denken wir nur an Bedrohungs- oder Abstiegsszenarien oder Verratsmotive. Wer etwas von diesen und anderen Wiederholungsstrukturen weiß, der besitzt ganz sicher keine Blaupause zur Pazifizierung der Welt, aber er schafft genau den Abstand, der uns klarer sehen und mehr erkennen lässt. Und in dieser aufgeregten Welt erscheint mir das nicht wenig. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank.